Einen wunderschönen guten Tag heute hier in Chemnitz. Willkommen an alle zu unserem jährlichen Osterbosch, kann man ja schon sagen, denn es ist eigentlich der erste. Schön, dass ihr hierhergekommen seid zum Nachmittag, mit uns gemeinsam heute wieder Gesicht zeigt für den Frieden in dieser Stadt und natürlich für den Frieden in diesem Land und für den Frieden auf dieser Welt, wir gemeinsam als Volk stehen wieder zusammen und werden eine größere Runde laufen, um auch den anderen zu zeigen, wir sind da, wir wollen keinen Krieg. Kommen wir jetzt erstmal zur Verlesung der Auflagen. Flaschen oder Behälter aus zerbrechbarem Material, zum Beispiel Glas, Keramikon, Porzellan, gleich welchen Inhaltes und welcher Größe, dürfen während der gesamten Kundgebung nicht mitgeführt werden. Ausnahmen gelten für Behälter für persönlich benötigte Arzneimittel. Der zwingende Bedarf für diese Ausnahme ist nachzuweisen. Der Konsum von alkoholischen Getränken und der Konsum von Drogen und Rauschmitteln während der Versammlung ist untersagt. Heute war nicht nur eine Stunde, heute viele Stunden, denn wir sind heute lange unterwegs. Das Mitführen von Hunden während der Versammlung ist untersagt. Dies gilt nicht für anerkannte Assistenzhunde, der notwendiger persönlicher Einsatz nachweisbar sein muss. Für die lautstärke mitgeführten Beschallungsmittel wird ein maximaler Lärmpegel von 85 dB gemessen in 5 Meter Abstand und 2 Meter Höhe über dem Boden zur Quelle angeordnet. Das ist ein bisschen was geändert zu den sonstigen Auflagen. Aber ich denke, damit haben wir definitiv kein Problem. Und wir werden heute gemeinsam diesen Auflagen bestmöglich nachkommen. Es wird auch gemessen. Das steht heute fest. Weil wir eben doch ab und zu mal ein bisschen viel lauter sind. Es kann sein, dass ich das jetzt gerade hoch bin, weil ich bin ja gerne ein bisschen lauter. Weil ist halt so. Ja, wie gesagt, danke, dass ihr hier seid. Mit uns heute gemeinsam Gesicht zeigt. Wir wieder in dieser Stadt eine große Runde laufen werden. Und gemeinsam für den Frieden diese Runde durchführen. Wir haben zwei Zwischenkundgebungen. Einmal vorne am Brühl. Und dann noch einmal am Schlossteich, wo der Häschlerberg ist, wo sich der Häschlerberg mit der Schlossstraße trifft. Dort haben wir dann die zweite Zwischenkundgebung. Laufen dann wieder die Bergstraße vor beim Concordia Park vorbei. Vielleicht sind ja ein paar Jugendliche heute da, dass sie mal mitkriegen. Es geht doch noch ein bisschen was anderes, außer Roller fahren. Sondern, dass wir als Menschen, als Erwachsene, Kinder, als Rentner, wie auch immer, dass wir alle gemeinsam zusammenstehen und sagen, Schluss mit Spaltung, Schluss mit Hetze. Wir sind das Volk. Wir sind hier in Chemnitz. Und wir zeigen gemeinsam Gesicht. Okay, es ist schon das erste Mal gemessen. Ich stehe etwas leiser. Ich bin bei 92 Dezibel. Und heute als Live-Musiker Guy Dawson Sorry. Er wird uns heute den Tag begleiten mit schöner Musik. Ihr kennt das ja vom LKW dann runter. Jetzt ein Lied, dann haben wir zwei Sprecher. Und ich wünsche uns einen schönen, friedlichen Aufzug und eine schöne, friedliche Zeit. Danke. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe ein Lied für euch auf Deutsch selbst geschrieben. Ein bisschen Hilfe von einem Philosophen, Freund von mir, der ist Lehrer. Und ja, er hat was gesagt und auf einen kleinen Spruch ist eigentlich ein ganzes Lied dann geworden. Es heißt, Widerstand ist lieber. Okay. Wir sind friedliche Menschen Selbstbestimmt und frei Und wir werden uns nicht beugen Der Gesinnungspolizei Wir ziehen auf die Straße Und machen so unsere Willen klar Es reicht Deutschland soll nicht mehr sein Ein Flugzeugträger Der USA Frieden ist mir lieber Freiheit ist mir lieber Demokratie ist mir lieber Widerstand ist lieber Lass Deutschland durch das Volk Eben und mäßig regieren Anstatt fremdbestimmt für die Interessen Von Imperisten zu agieren Ein Kreuz auf einem Stück Papier Kann niemals was ändern Das System ist ein Kreuz in allen westlichen Ländern Frieden ist mir lieber Frieden ist mir lieber Freiheit ist mir lieber Freiheit ist mir lieber Leben ist mir lieber Widerstand ist Liebe Wir wollen Frieden Von Zukunft Mit Russland zusammenschmieden Und kein geficktes Europa Laut Newland World Order Bedienen Die massen Medien Sind ein völkerwidriger Angriff Moment Lügen und falsche Information Ist des Westens größtes Kriegsschiff Frieden ist mir lieber Freiheit ist mir lieber Demokratie ist mir lieber Widerstand ist Liebe Sei niemals gehorsam Zu einer Schein-Demokratie Wählen die die Freiheit Sonst fallen diese Ketten nie Frieden ist mir lieber Freiheit ist mir lieber Demokratie ist mir lieber Widerstand ist Liebe Lass uns die Stimme Geheben War in Deutschland Selbstbestimmt Für Frieden Und für Freiheit Ganz Europa Dann mitnimmt Eine bessere Zeit Lass kommen Das Blatt muss sicher drehen Wie lange soll Deutschland Wie lange soll Deutschland Noch hinter der USA In Sack und Asche gehen Frieden ist mir lieber Freiheit ist mir lieber Demokratie wäre mir lieber Widerstand ist Liebe 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 Die USA Und Washington Und Großbritannien Zum großen Teil Dieses Lied Habe ich gesungen Vor Rammstein Airbase Die Geschichte Von den letzten 80 Jahre Ist eigentlich eine Geschichte Von Imperialismus Von den USA Mit über 80 Interventionen Kriegerische Interventionen Gegen anderen Staaten Und das haben wir auch In der Ukraine gesehen Ein Putsch Und dann eine Finanzierung Von einem Krieg Gegen Russland Eine massive Provokation Go on home US Soldiers Go on home Have you got no fucking homes Of your own For 70 years You've held the world in fear Now leave us to live our lives in peace You're not welcome over here in Germany All we want is our peace and dignity We don't want you to see Your guns Or your bombs Now take a hike back to America Go on home US Soldiers Go on home Go home Have you got no fucking homes Have you got no fucking homes Of your own For 70 years You've held the world in fear Now leave us to live our lives in peace We are fighting We are fighting to end your endless wars For 70 years You've held the world in fear You've held the world in fear You've held the world in fear Now leave us to live our lives in peace If you stay US Soldiers If you stay We will never We will never Never ever Go away Close down Rammstein If you please We're sick of your misery You're stealing And murder Around the world Go on home US Soldiers Go on home Have you got no fucking homes Of your own For 70 years You've held the world in fear Now leave us to live our lives in peace Go on home US Soldiers Go on home Have you got no fucking homes Of your own For 70 years You've held the world in fear Now leave us to live our lives in peace Now leave us to live our lives in peace Thank you sind 150 Friedensmärsche von der Ostseeküste bis zum Bodensee unterwegs. Also, wir sind nicht alleine. Und wir haben etwas zu sagen. Jetzt die erste Rede von unserem Freund aus, Jobau aus, jetzt war es wieder weg, so geht, Erzgebirge, Widerstand, bitte, Mike. Ja, danke. Also, wie gesagt, auf Jobau. In Jobau begrüßen wir uns immer mit Glück auf, Chemnitz! Ja, für alle anderen, die jetzt gestacht haben, wegen Fußball und so, den wünsche ich natürlich trotzdem mit einem wunderschönen guten Tag. Ja, seit reichlich zwei Jahren gehe ich jeden Montag in Jobau auf die Straße und habe da immer ein Bild und ein Schild dabei, schon von Anfang an, Frieden schaffen ohne Waffen. Genau, wie es auf dem Banner steht. Also, wir tragen auch einen Banner vorneweg, wo dasselbe draufsteht. Manche fragen sich, wie geht das? Dazu hätte ich mir mal ein bisschen was ausgedacht. Wie ja vielleicht viele von euch, bin ich in der DDR groß geworden und kenne da auch Leute, die gesagt haben, okay, ich möchte nicht den Umgang mit der Waffe kennenlernen und möchte den Wehrdienst verweigern. So, zu DDR-Zeiten war das ja mit Sanktionen verbunden. Die meisten wissen es vielleicht, ne, also man hatte die Möglichkeit, entweder zu den Spatensoldaten zu gehen, immer in anderthalb Jahren Urlaub machen oder man musste dann zwei Jahre in den Knast. So, demzufolge fand ich das immer sehr mutig von den Leuten und ich war drei Jahre bei der Armee, habe also den Umgang mit der Waffe gelernt, aber was ich noch gelernt habe und auch alle, die dort waren, welchen Schaden die Waffen auch anrichten können. Und das ist wahrscheinlich das, was die Kriegsdienstverweigerer verbrummt haben oder nie gelernt haben. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, alle, die Waffen fordern, die waren noch nie an der Front, die waren noch nie bei der Armee, die haben noch nie eine Waffe in der Hand gehabt, die wissen überhaupt nie, was da ist, was man mit so einer Waffe Schlimmes machen kann. Ja, und deswegen fordern die wahrscheinlich immer Waffen, aber man muss immer dran denken, Feinde vernichten heißt nichts anderes, als Menschen zu töten. Egal, wie die aussehen, egal, von welcher Farbe die sind, ist völlig egal, Feind vernichten sind Menschen töten. So, Frieden schaffen ohne Waffen, wie soll das gehen? Ja, ich bin der festen Überzeugung, zur Verteidigung braucht man keine Waffen. Wann hat das letzte Mal eine hochgerüstete Armee einen Krieg gewonnen? Also, einen Zweiten Weltkrieg vielleicht. Aber seitdem, wann haben Waffen einen Krieg beendet? Noch nie. Wenn man einen Panzer aufhalten will, wenn man jetzt mal guckt, also, technisch begeistert mich das oder interessiere ich mich dafür, für die Waffentechnik, deswegen kann ich da auch ein bisschen mitreden, ja, und wenn man mal die Bilder gesehen hat, aus dem, den beiden Kriegen, die zurzeit laufen, um einen Panzer anzuhalten oder aufzuhalten, da brauche ich eine Flasche Benzin und Streichholz. Das reicht. Da kann ich jeden Panzer aufhalten damit. So, ich bin außerdem der Meinung, Krieg braucht niemand. Krieg braucht überhaupt niemand. Es sei denn, die Worte, mit denen wir seit, also, auf die Straße gehen montags, Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung, es wer das einhält, der braucht keinen Krieg. So, Krieg brauchen nur Extremisten. Deshalb bin ich gegen jede Art von Extremismus. Ich bin gegen Rechtsextremismus, aber Rechtsextremismus hat nichts mit Heimatliebe zu tun. Ich bin für Heimatliebe. Ich bin genauso gegen Linksextremismus. Solidarität mit Schwachen kann ich auch so zeigen, da muss ich niemanden töten dafür oder nerven. Ich bin auch gegen den ausufernden Kapitalismus, den wir hier haben. Leistungsgerechte Bezahlung wäre in Ordnung, aber das, was wir jetzt haben, hat ja mit leistungsgerechter Bezahlung nichts zu tun. Sonst müssten ja die Krankenschwestern, Altenpfleger, die müssen ja nicht mehr wissen, wohin mit dem ganzen Geld. So, ich bin auch gegen den Klimaaktivismus. Ja, ich bin für Umweltschutz, für richtigen Umweltschutz, aber gegen Klimaaktivismus. So, die nächsten Extremisten religiöse Fanatiker, jeder kann von mir aus glauben, was er will, aber er soll gefälligst nicht diesen Glauben jemand anders aufzwingen wollen. Und selbstverständlich bin ich gegen Kriegstreiber und für den Frieden. So, dann gibt es noch das Argument, Krieg würde die Innovation fördern. Das ist totaler Schwachsinn. Krieg verhindert Innovation. Wenn wir uns mal angucken, losging das mit dem Trefffliegel, der dann zum Morgenstand wurde. Dann, das Schwarzpulver haben die Reisen mal erfunden, um lustige Raketen loszulassen, bis die Europäer gekommen sind und sie darauf gekommen sind, dass man eine Kanone draus bauen kann. Der Otto Lilienthal, der hat bei seinen Flugversuchen bestimmt auch nie dran gedacht, dass man damit irgendwelche Leute umbringen kann. Die ersten Panzer, die wurden aus Traktoren gebaut, also es wurde ein Traktor genommen und dann wurde ein Panzer drauf gebaut. dann Raketen, ja gut, die wurden in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts entwickelt, vor 90 Jahren, aber auch die Raketen sind als erstes Mal in den Himmel geflogen, also in den Weltraum. Das Aggregat A4 war das erste Objekt von Menschenhand, was im Weltraum war. Auch das brauche ich nicht, um irgendwelche Leute zu töten. Albert Einstein hat die Kernspaltung erforscht und ist auch nicht drauf gekommen, dass man damit Bomben bauen kann. Und so geht es weiter. Es kommen jetzt, wenn man in die Ukraine guckt, da werden Drohnen eingesetzt. Die Drohnen waren ursprünglich für die Landwirtschaft gedacht und nicht, dass sie jetzt Bomben schmeißen. Wie viel weiter könnten wir sein, wenn wir diese ganzen Ressourcen das ganze Wissen für den Frieden eingesetzt hätten und nie andauernd für Waffen verspendet hätten. Es wurde den Soldaten nach dem ersten Weltkrieg gefragt, wie es denn war. Man hat ja gesagt, so sinngemäß, naja, also es war ein vier jahre schlimmer Krieg und dann haben sie sich alle an den Tisch gesetzt und haben verhandelt. Das hätte man doch vier Jahre vorher tun sollen. Auch der Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat gesagt, lieber 100 Stunden verhandeln als eine Minute schießen. Und jetzt stehen wir hier gegenüber, wenn man sich mal rumdreht, es ist zwar zum Teil verdeckt, aber wir wissen ja alle, was da steht, in Stein gemeißelt, Proletarier aller Länder vereinigt euch. Warum ist das der Satz, der mich von dem Mann, der hier überdimensioniert den Kopf hier steht, am meisten begeistert. Weil unsere Feinde, die stehen nicht hinter uns oder vor uns oder rechts oder links von uns. Die Feinde stehen auch nicht im Norden, im Westen, im Süden und auch nicht im Osten. Die Feinde, unsere Feinde, unsere Gegner sitzen in irgendwelchen Büros, bei großen Konzernen, bei Blackrock, bei Wanker oder wie sie alle heißen da, Goldman und Sachs, die bestimmen, was wir hier machen. Und die wollen Krieg, aber die müssen nicht hin. Hin müssen wir, das Volk. Und deswegen, wenn wir uns alle vereinigen würden, auf der ganzen Welt, dann wird es auch nie wieder Krieg geben. Danke, dass ihr mir zugehört habt. So, danke, Mike. So, jetzt noch ein paar Worte von mir. Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht zu diesem Osterwochenende. Und wie gesagt, es ist ein Friedensmarsch. Wir wollen heute etwas für den Frieden tun. Wir wollen über Frieden reden. Ne, lasst nicht, nicht schon. Und, ja, wir wollen, wir alle, wir alle wollen Frieden, wir alle wollen im Frieden leben. Unsere Kinder in Sicherheit großziehen, aber auch unsere Alten brauchen den Schutz des Friedens. Einen großen Teil meines Lebens musste ich in der DDR verbringen. Man kann sagen, was man will über diese DDR. dort herrschte bestimmt keine Demokratie. Aber solche offene Kriegstreiberei wie heute kann man da nicht zuhören. Fand da nicht statt. Nie wieder Krieg. Das war auch damals jedem von uns klar. Ich habe allerdings eine Situation miterleben müssen als Soldat, als Militärkraftfahrer, die dem heutigen Taurus-Spektakel in nichts nachstand. Drei hochrangige Offiziere bei mir im Jeep im Gelände irgendwo zwischen Blauen und der damaligen Westgrenze planten einen Angriff auf Westdeutschland. Alles im Rahmen eines Manövers Juke 85. Also die 85 steht für das damalige Jahr. Diese Offiziere von damals und diese Taurus-Spinner von heute stecken in den selben Denkstrukturen fest. Die können nicht anders. Krieg und Gehorsam das ist ihre Welt. Damals allerdings war es nur ein Manöver und heute ist es leider bitterer Ernst. Der Krieg wird heute salonfähig gemacht mit Bildern im Fernsehen die zeigen wie ein Gebäude oder ein Panzer weggesprengt wird. Also Blitz, Staub, Panzer weg, Gebäude weg, alles eine feine saubere Sache. Nur den Tod, die Leichen, das Blut und den Geruch von Verwesung, der ist da nicht mit dabei. Mein Vater damals im Zweiten Weltkrieg, er war damals gerade 18 Jahre alt, war Soldat an der Ostfront. Er konnte mir später nicht wirklich etwas über den Krieg erzählen, was Krieg wirklich bedeutet. Ich glaube, er hat diese schlimme Zeit erfolgreich verdrängt. Er war ein toller Vater, ohne Frage. Aber für Russen und Juden hatte er nur Verachtung. Und deutsche Panzer waren ganz toll. Die Nazi Propaganda hatte immer noch deutliche Spuren wahrscheinlich bei ihm hinterlassen. Später dann, in den 70ern, mein Vater war leider schon verstorben, bekam ich ein Buch in die Hände. Es hieß Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarck. Darin wird beschrieben, wie junge Leute, Schüler, Studenten auf den Krieg eingeschworen wurden. Stolz zu sein aufs Vaterland, Patriotismus und Heldentum wurden in ihre Köpfe gehämmert. Aber es wurde auch in diesem Buch beschrieben, wie sie an der Front zerfetzt wurden, tot in Stacheldraht hingen und aus Angst im Schützengraben nach ihren Müttern weinten. Sie wurden damals im Ersten Krieg belogen, mein Vater im Zweiten genauso und sie belügen uns heute wieder. Von wegen Waffen bringen Frieden oder wir müssen die Demokratie verteidigen. Die Frage ist doch welche Demokratie? vielleicht die der Waffenindustrie oder der Bankenkartelle? Im Ersten Krieg waren es die Engländer. Als sie ihre wirtschaftliche Vorwachtstellung zu verlieren begannen gegenüber dem Deutschen Kaiserreich musste ein Krieg her und die Amerikaner investierten in alle Kriegsparteien. Geschäft ist ja schließlich nicht Geschäft. Als die Engländer die Niederlage drohte griffen die Amis dann auch noch ins Kriegsgeschehen ein. Die wollten ja schließlich Geld nicht verlieren weil sie in den Engländern reingesteckt hatten. Also ich hatte mir früher nie die Frage gestellt woher zum Beispiel Hitler das Geld her hatte um die Wirtschaft auf Krieg umzustellen. Also von dem Autobahnbau her konnte das wohl nicht kommen. Richtig es war wieder amerikanisches Geld was den Krieg anheizte und Deutschland diesen angeschlagenen Riesen am Ende wieder am Putzer stört zurück ließ und den ewigen Feind Russland noch gleich miterledigte. So viel zu unseren amerikanischen Freunden die bis heute an 470 Konflikten mit militärischen Auseinandersetzungen beteiligt waren. Es ging nie um Frieden es ging nie um Demokratie sondern es ging um Macht und Rohstoffe. Auch in der Ukraine ist das nicht anders. Im Donetsk oder Lugans Gebiet gibt es riesige Lithium Reserven. Es geht immer irgendwie um Rohstoffe. Diese Kriegsphilosophie der Amis ist nun mal Krieg. Krieg ist dein Land. Krieg ist dein Öl. Krieg ist dein Wasser. Und wenn du es mir nicht gibst dann ist eben Krieg. Dann nehme ich es mir. Wir müssen uns befreien von der NATO die von den Amis dominiert wird. Denn jeder Krieg ist eine Niederlage. Es gibt keine Sieger. Krieg vernichtet Leben. Inzwischen bin ich alt geworden, ohne den Krieg am eigenen Leben zu erfahren. Und ich will, dass meine, unsere Nachkommen kein persönliches Leid durch Krieg erleben müssen. Dass keine Mutter mehr ihr Kind beweinen muss. Deshalb stehe ich hier oben. Deshalb sind wir seit vier Jahren hier auf der Straße. Und wir kämpfen weiter. Und zwar mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und das sind unsere Stimmen und unsere Beine. Danke. So. 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 Ja, also das waren erstmal unsere Redner für hier, für diese Auftaktkundgebung. Wir werden in ca. 5 Minuten dann loslaufen. Die Polizei wird jetzt anfangen abzusperren. Und dann machen wir eine schöne Runde durch unser Chemnitz. Wir laufen wie gesagt hier die Straße nach vorn, also die Straße nach Zon, biegen in die Georgstraße ein, wo dann am April machen wir dann unsere erste Zwischenkundgebung. Dann laufen wir weiter bis zur Promenadenstraße, dort biegen wir rechts ab. Dann vor auf die Schlossdeichstraße nach links. Und dann die zweite Kundgebung eben dann am Bächlerberg. Laufen dann die Schlossdeichstraße weiter, genau bis zur Bergstraße. Laufen da links rum beim Platz vorbei sozusagen. Und dann vor auf die Hartmannstraße. Und von dort aus dann komplett wieder rein, hier zur Endkundgebung. Genau auf diesem Platz. Und wir werden jetzt gleich starten, denke ich. Genau, das sieht gut aus. Wir fangen an abzusperren. Also, seid ihr bereit? Heute wieder ein klares Zeichen aus Chemnitz. Heute für den Frieden. Hier zu zeigen, wir als Scholz gemeinsam, Seite an Seite, werden diese Stadt aufwecken. Also, herzliche Grüße aus Chemnitz. Und jetzt geht's los. Also, Leute, schaut euch dieses Fahnenmeer an. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. So. Mistig. 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 Die Oberfläche, ja. Ich hab's mal vorhin schon mal gesehen, aber ich hab' nicht gesagt, das ist gar nicht viel in der Zeit. Ich muss jetzt hier vorne nochmal, hatte auch jemand gesagt, ich soll mal mit dem Reden hier. Mal sehen. Jawohl. Und wenn die Welt im Trümmern liegt, wenigsten Hauptsache der Husser war schuld, ja. Das ist, das ist schon traurig, was da abgeht. Und drehen wir bitte rum. Das neue Westfernsehen, jawohl. Weltwoche CH, also irgendwas aus der Schweiz. Jawohl, super. Jetzt kämpfe ich mich mal wieder vor. Also hier haben wir eine Zwischenkundgebung. Ja, das sieht gut aus. Wir haben jetzt an unserer ersten Zwischenkundgebung eine Delikolette aus Oschersleben zu Gast. Ich begrüße Sie gerne bei der deutschen Zeugen hier in Deutschland. Danke. Gesegnete Ostern, ihr Lieben. Willkommen im besten Deutschland aller Zeiten. Einem Deutschland, wo man Waffen für den Frieden liefert, spaltet für den Zusammenhalt, faschistische Strukturen aufwärt für den Erhalt der Demokratie, Einfallpredigt für die Vielfalt und demnächst Buttercreme-Torten für Gewichtsverlust anpreisen und Freibier für Alkoholabstinenz empfehlen wird. Das Zitat zum Friedensmontag. Wenn die Deutschen zusammenhalten, schlagen sie den Teufel aus der Hölle. Otto von Bismarck, der am heutigen 1. April im Jahr 1815 geboren wurde. Wir leben mittlerweile in einer Freiluftpsychiatrie, angeführt von den größten Klappspaten der Nation, den Baumschulabsolventen und Realitätsverweigerern, denen, die öffentlich Wasser predigen, aber heimlich Wein saufen, wie Heinrich Heine einst so treffend in Deutschland ein Wintermärchen schrieb. Und wir sehen, dass sich an diesen perfiden Verhältnissen nichts geändert hat. Nein, stimmt nicht. Sie sind noch perfider geworden. Unser Thema zum Friedensmarsch ist natürlich der Frieden im Großen. Doch diesen kann es nicht geben, wenn der Frieden im Kleinen gestört ist. Manchmal mag man denken, dass diese Handelbude so dermaßen bekloppt ist, dass sie einfach den Arsch offen haben, und zwar bis zu den Ohren. Und ja, deren IQ übersteigt nur in wenigsten Fällen den einer gut durchgekochten Salzkartoffel. Aber wenn Sie eins wissen, dann, dass diese dreckige Kriegstreiberpolitik, dieses widerliche Aufhetzen gegen jeden, der kritisch ist, diese unfassbar zerstörerische Inlandspolitik weitreichende Konsequenzen hat. Und wenn man dann auch noch in aller Öffentlichkeit äußert, dass, Zitat vom ersten legitimen Nachfolger von Mao Zedong, unser aller Märchenprinz Mimimi, aus der vergangenen Woche, also der, den man nicht als Vollpfosten bezeichnen darf, das würde 2.100 Euro kosten. Also wenn eben jener letzte Woche äußerte, dass der Staat sich niemals irrt, dann sage ich Glückwunsch zu so viel Selbstherrlichkeit, mega, kennen wir auch noch irgendwie, die Partei, die Partei, die hat immer recht. Und... Und die Konsequenzen dieser unbeschreiblichen Ignoranz und Arroganz sind längst sichtbar und fühlbar und sie ändern es trotzdem nicht. Und deswegen kann man nur zu dem Schluss kommen, dass es eben keine Kollateralschäden oder Blödheit sind, sondern ein ganz bewusstes Zerstören unserer Heimat und des sozialen Friedens in unserem Land. Und deswegen hat dieses Dreckpakt zurückzutreten. Sie sind Kriegstreiber auf ganzer Linie. Sie können auch gar nicht anders, denn sie stecken bis zu ihren Hüften im Arsch der Amerikaner und haben deren geopolitische Interessen umzusetzen. Die Lenkung der Flüchtlingsströme ist Teil der indirekten Kriegsführung. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern hinlänglich bekannt. Und wenn wir schauen, wohin die Flüchtlinge gelenkt werden, dann wissen wir auch, gegen wen der Krieg geführt wird. Und noch immer ist unsere Heimat besetzt. Die Amis sind nicht aus Freundschaft hier. Und der beste Beweis dafür ist, dass unsere Hampelbude nach wie vor in Rammstein antreten muss und die Regierungstreffen nicht in Berlin stattfinden. Obwohl alle wissen, dass man sich immer im Regierungssitz des jeweiligen Landes einfindet. Diese Amis sind nicht unsere Freunde. Sie sind niemals die Freunde von irgendwem gewesen. Und wir reden nicht von den einfachen Menschen, sondern den Regierenden seit 1776. Also innerhalb von 239 Jahren haben die Amis sage und schreibe 222 Kriege angezettelt. Keine Nation hat so viele Todesopfer verursacht. Keine Nation hat die Atombombe gegen andere Menschen benutzt. Keine Nation hat so viel verbrannte Erde hinterlassen. Sie sind dauerhaft pleite. In ihrem größten Wahn haben sie alles verballert. Und nun geht es darum, die Konkurrenz klein zu halten und sich natürlich neue Quellen zu sichern. So sehen also unsere Freunde aus. Da brauchst du gar keine Feinde mehr. Aber natürlich haben wir einen, den Russen. Und zwar alle. Dieses wunderbare, melancholische und schön geistige Volk mit Liedern, bei denen du nur noch weinen möchtest. Mit Märchenfilmen, die so unendlich wehmütig sind. Mit Literatur, die zur eloquentesten auf der Welt gehört. Aber Schluss damit. Denn wer Freund und wer Feind ist, können wir kleinen Kloppis ja gar nicht verstehen. Da brauchen wir die Muppet Show, die Hampelbude. Die entscheiden alles für uns. Schließlich wissen sie auch, alles so viel besser. Nichts gelernt, nie gearbeitet und bloß keine Verantwortung übernehmen. Das sind genau denen, die wir vertrauen können. Diese Hampelbude ist so ein bisschen wie Schlittenfahren. Also naja, ohne Schlitten. Und auch ohne Schnee. Und eigentlich auch ohne Spaß. Aber hey Leute, seid mal nicht so kleinlich. Zumindest geht es konstant. Werft ab! Und weil die Russen nun mal unsere Feinde zu sein haben, gab es bei dem verheerenden Terroranschlag in Moskau eben auch keine Flaggen auf Halbmast. Kein Mitgefühl mit den Getöteten. Und keins mit den Traumatisierten oder Hinterbliebenen. Tja, selbst schuld, wenn du ein Russe bist. Auch wenn du dir sonst nichts weiter zu Schulden kommen lässt. Lege jetzt Russland in Afrika, sehe es schon anders aus. Denn dann wären sie schwarz. Und damit ganz frei von jeglicher Schuld, weil sie ja schwarz wären. Ganz mein Humor, aber wir sind natürlich die Rassisten. Hammer, wie viel endlose Blödheit in einen menschlichen Körper passt. Obwohl man sich schon ein großes Maß vorstellen kann. Zum Beispiel beim dritten Tressen im Zwölfmannfeld. Auch liebevoll das grüne Gewölbe genannt. Auch dieses traurige Zeitgeschehen zeigt einmal mehr, wie verdammt wenig Friedensbemühungen tatsächlich vorliegen. Das personifizierte Maschinengewehr. Frau Strack, Immermann, das böse Z. Darf ja nicht mehr gesprochen werden. Z, 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 Z. Bitte um Entschuldigung, ich leide unter einem Z-Tourette. Also dieses alte Etwas, das im vorjährigen Leben vermutlich eine verrostete Munitionshülse war, löst bei jedem normal denkende Menschen nur noch Fluchtgedanken aus. Und sie wird hofiert und eingeladen in jede noch so verschissene Einheitsbreit-Talkshow. Nicht die Vernünftigen kommen zu Wort. Nicht die Gansers, die Hanes oder Krone Schmalz. Nein, denn sie würden die Menschen aufklären über den Irrsinn, über die Kriegslüge und über den Mangel an Diplomatie. Und das ist nicht gewünscht. Und stattdessen Kiesewetter mit Propaganda, da könnte Goebbels noch was lernen. Oder Piss, Torius, der 300 Milliarden Kriegs-Etat will, für den Frieden natürlich. Oder die Forderung nach Wehrertüchtigung in den Schulen. Und wer nicht fehlen darf, Corona-Kalle, der nun auf Tingeltour durchs Land die Krankenhäuser auf die Versorgung von Kriegsverletzten vorbereitet, sieht alles ganz irre nach Frieden aus. Man muss sich nur mal mental auf das Level von Gehirnen in Walnussgröße einschwingen und mit einem energetisch-kraftvollen, ähm, ganz in Blödheit miteinander verbunden sein, bisschen Gras aufen. Und dann tut es uns auch gar nicht mehr so doll weh, dass weltweit Soldaten sterben für nichts. Soldaten sind übrigens Menschen, keine besondere Spezies. Sie haben Mütter, die nie wieder lachen werden. Sie haben Kinder, die ihre Kinder, ihre Väter nie wiedersehen. Sie haben, sie sind teilweise so jung, dass sie nicht einmal den ersten Kuss erleben durften. Sie haben geträumt von einer Zukunft, vom Verliebtsein, von Abenden mit Freunden. Und sie wurden geopfert. Sie mussten und sie müssten sterben. Sie müssten elendig verwecken für gar nichts. Als widerlichen Machtscheißdreck von asozialen Eliten, die uns alle opfern würden. Ekelhafte Unmenschen sind das, widerliche, charakterlose Kreaturen, die nicht in eine Regierung gehören. Ganz gleich in welchem Land. Sie gehören in die Hölle. Sie sollen auf den Schlachtfeldern verwecken, in den schützenden Reben, in ihrem eigenen Blut gurgeln. Sie sollen ihre Kinder schicken, nicht die unseren. Und wäre dem so, wäre spätestens morgen früh jeder Krieg auf dieser Welt beendet. Stattdessen benutzen sie alles und jeden, um ihren kranken Irrsinn in die Hirne einzuhämmern. Da wurde die Berlinale zum Gesinnungstreffen und die alte Berlinale-Leitung ausgetauscht. Denn sie hatten sich gewagt, sich nicht zu positionieren. Und in Leipzig findet die Buchmesse statt. Von den Büchern hat man nicht wirklich viel wahrgenommen. Es wirkte eher wieder einmal wie eine Propagandavorstellung. Und die total verstrahlte Warze auf zwei Beinen, wieder ganz vorn mit dabei, verkniffen und behämmert, wie man sie kennt, labert sie sich in den totalitären Vielfaltswahnsinn. Natürlich nur Vielfalt, die zuvor von den Einfältigen als wertvoll befunden wurde. Und das alles ist nur möglich, weil die Medienlandschaft in vorauseilendem Gehorsam alles und jeden in die Nazi-Ecke stellt und 24-7 das deutsche Volk verblödet. Von den Politschranzen erwartet man traurigerweise schon gar nichts anderes mehr. Aber diese feigenschleimenden kleinen Faschisten, diese wirbellosen Weichtiere, die keinerlei Rückgrat besitzen und sich einen Dreck darum scheren, wie sehr die Menschen leiden, wie beleidigt sie sich fühlen, wie ausgegrenzt und verunglimpft. Das sind die größten Übeltäter unserer Zeit. Denn sie hätten die Möglichkeit, all das zu stoppen, wenn sie nur endlich anfangen würden, wahrheitsgemäß und ohne Diktim zu berichten. Für uns hier im Osten ist das alles nicht mehr auszuhalten. Wir dachten damals nach dem 11. Parteitag des ZK wäre nun endlich Ruhe. Dass diese Brut aber im Vergleich zu einem harmloser Kegelverein war und die ideologische Vorlage für das heutige ZK 2.0 sein würde, konnte kaum einer ahnen. Außer Bärbel Bohlei, deren Weitblick man auch heute einem ihrer bekanntesten Zitate entnehmen kann. Und wir haben uns die Leute aus dem Westen damals naserümpfend gefragt, wie wir uns das alles gefallen lassen konnten. Eigentlich wäre das schon die Pointe des Witzes, aber man erlaube uns dummen Ossis darauf hinzuweisen, dass es auch heute wieder wir im Osten sind, die gegen diese Strukturen mutig, weitsichtig und mit großem Herzen auf die Straßen gehen. Und darauf dürfen und müssen wir stolz sein. Allen Lügen und aller Hetze, allen Bestrafungen und Schikanen zum Trotz stehen wir gemeinsam und kämpfen und demonstrieren gewaltfrei für den Frieden, für die Freiheit auf der Welt und demzufolge auch in unserem Land, in unserer Heimat. Wir geben uns Kraft und Zuversicht. Wir reichen uns die Hände, wir stützen uns, wir fangen uns auf, wenn wir straucheln. Wir sind weder rechts noch links. Wir sind einfach ehrlich, heimatgeben und solidarisch. Wir sind die Mitte! Und wir werden nicht aufgeben, dieses dreckige, korrupte, verlogene und hetzerische Pakt zu bekämpfen, denn wie Bismarck sagte, wenn die Deutschen zusammenhalten, dann jagen sie den Teufel aus der Hölle. Ich grüße alle Patrioten in unserem Land. Ich grüße alle Menschen, die für den Frieden einstehen, alle starken und aufrechten Menschen. Herzliche Grüße an die Freien Sachsen, Freien Thüringer. Überwinden wir die Spaltung. Lasst uns zusammenstehen. Wir müssen uns auf den kleinsten gemeinsamen Länder besinnen. Und der bedeutet Frieden und Freiheit und Selbstbestimmung. Nur gemeinsam sind wir stark. Und erinnert euch bitte, die Macht der Menschen ist viel stärker als die Menschen an der Macht. Danke euch, lieben ihr, dass ihr am heutigen Ostermontag zusammensteht. Dass wir gemeinsam ein Zeichen setzen können und die Botschaft. Unsere Regierung ist die schlechteste für uns, aber die beste deutsche Regierung, die Amerika je hatte. Und deswegen an die Volksträter unter der grünen versifften Glaskuppel in Berlin. Ihr seid unsere Angestellten und als eure Arbeitgeber sagen wir euch, ihr seid gefeuert. Und dabei auch herzliche Grüße nach Aschersleben. Danke, Colette, für diese klaren, klaren Worte. Wir werden jetzt mit euch weiter machen. Wir gehen jetzt in die Straße nach vorn bis zum Schloss. Ich bieke dort rechts ab und habe eine tolle Schätzeweite Livemusik hier auf dem LKW. Und spielen noch ein eigenes Lied. Also das sind Live-Themolieder. Und ja, Live-Themolieder. Also der Politiker hat die Front, dann gibt es ein Pickbär. Das hat die Colette jetzt auch sehr schön mitgebracht. Und vorher gegen Reden hat es ja auch angeneidet. Ja, die Marke haben wir bereits ganz genau. Genau. Das Papier ist eigentlich, dass genau die, die jetzt in Kriegstrategor 1 waren oder sind, früher für Frieden, keine Waffen und keine Gewalt und nichts. Und da kann man auch sagen, die Polizisten verrasten auf die selbe Struktur. Und das hat aber so mit der Wahl zu gewöhnen. Wir haben doch heute nicht mehr erkannt, aber es steht, wenn wir uns mal eins sprechen können. Ja, aber irgendwann muss es mal geklärt werden, dass es ganz groß entscheidend für die Weltfrieden auf unserer Erde ist. Ja. 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 Ich schaue den Wettbewerb, ich so eine Mach der Zettel holen, die Menschen zu töten, ist ein Mal zu viel. Wir sagen leben und leben lassen, denn wir haben nur dieses eine Leben. Auch der Soldat ist am Ende nur Mensch. Er bekommt kein zweites oder eines Leben. Nein, er hat nur dieses eine Leben und soll es verkaufen für ordentliche Machtspielchen, für welche Affäre und so weiter und so fort. Damit muss Schluss sein, Behandlungen statt Krieg. Und dann haben wir wieder eine Welt für diese Menschen, für uns als Menschen, wo es sich definitiv lohnt, gemeinsam wieder zu agieren, zu sagen, Schluss mit Hummersträt und anderen Ländern. Denn es gibt eigentlich genug Sachen auf diesem Planeten, aber es gibt eben diese Machtgeilen, diese Menschen, die da vernehmen, dass andere ausgebildet werden. Und damit muss Schluss sein, wir als Menschen, oder? Das sind genau die Menschen, die dieses Land mit aufgebaut haben, die sagen, Vielleicht haben sie gerade eine Gänsehaut, weil sie angesprochen werden, ich weiß es nicht. Aber solche Menschen in Ehren zu halten, denke ich, ist es da eigentlich auch wert, auf die Straße zu gehen, so dass diese Menschen keine Angst eigentlich haben müssen, ins Altersheim zu kommen, weil sie sich das nicht mehr leisten können. Das ist eine Schande dieser Politik. Und deswegen Schluss mit dieser Regierung. Schluss damit, dass Gelder für Waffen in Milliardengröße und in Länder hinaus transferiert wird von unseren Steuergeldern. Es wird Zeit, dass wir selber wieder damit bestimmen können. Und dann brauchen diese Menschen keine Angst mehr zu haben, ins Altersheim zu kommen, weil einfach die Gelder, die wir als Steuern erwirtschaften, genau auch für diese Menschen zur Verfügung stehen. Und ich denke, es wird Zeit für eine größere Wende in diesem Land, so dass wir von Mensch zu Mensch sagen können, wir sind jetzt für euch da, wo ihr nicht mehr könnt. Und ihr wart für uns da, wo wir noch nicht konnten. Danke. Also der Hintergrund war eigentlich, dass wir die Trommler zu laut waren. Jetzt habt ihr hier als Gastrednerin ein Altersheim gebrannt. Die Frau Kolbogen, ich würde jetzt gerne das Mikrofon mal übergeben. Oder hier an. Dankeschön. Hallo Chemnitz, liebe Freunde. Hallo. Dankeschön, liebe Manu und Andreas für die Einladung. Mein Herz geht auf, hier mit euch in Chemnitz zu laufen und ein klares Zeichen zu setzen für Frieden, für Freiheit und für wahre Liebe und wahre Solidarität. Mein Name ist Sabrina Kolbogen. Ich komme aus Berlin. Ich bin 50 Jahre alt und ich bin vom Beruf Krankenschwester. Ja, ich habe jahrelang auf der Intensivstation gearbeitet und zum Schluss als Medizinproduktberaterin und Therapiespezialistin, bis es dann für mich auch relativ schnell ein komplettes Aus in meinem Beruf gab, weil ich diesen Irrsinn nicht mitgemacht habe. Ich habe mich als Krankenschwester verweigert, die Maßnahmen, die menschenfeindlichen und menschenverachtenden Maßnahmen bei Patienten umzusetzen. Weder die Maskenpflicht, noch ein Test, noch das Raten zu einer Impfung. Im Gegenteil. Ich habe Menschen aufgeklärt, ich habe sie davor gewarnt und ich bin buchstäblich dafür durch die Hölle gegangen. Und trotz aller Repressalien muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde ganz oft gefragt, würdest du es anders machen? Denn für mich hat sich mein Leben komplett gedreht. Und ich kann ganz sagen, ganz klar sagen, nein. Ich würde niemals gegen die Menschenwürde verstoßen. Ich würde niemals meinen Beruf verraten, mein Gefühl, mein Herz, mein Verstand und mein medizinisches Wissen. Ich würde niemals Menschen bewusst schädigen. Und ich schäme mich für die Kollegen, die es tun bis heute. Danke! Danke! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Zu sehen, dass wir gar keine Chance haben, für Menschen da zu sein. Dass wir alle unterdrückt werden und mit Mechanismen der Zersetzung und der Markierung wie ein roter Punkt im Fadenkreuz eines Objektivs, was wir nicht mehr loswerden durch die Nazikeule, durch Rechtsextremismus, durch den Missbrauch von Begrifflichkeiten wie Schutz, Demokratie, alles wird missbraucht und Menschen zu verletzen und zu entwürdigen, ist alltäglich geworden, ist salonfähig geworden und dagegen wehre ich mich jeden Tag. Der Schutz für unsere Kinder, alles wird verraten. Der Kindergarten, die Schule, Kinder, die durch diese Hölle gegangen sind mit dieser weißen Folter, das Testen, die Maskenpflicht, der Zwang, der Drang zu einer Impfung. Kinder haben längst das Vertrauen in die Erwachsenen verloren. Und das ist ein Verbrechen, was es gilt, aufgearbeitet zu werden. Leider Es kommt ja immer mehr raus, wir wissen es. Die Papiere, die Aufklärung, die wissenschaftlichen Ergebnisse, über die wir seit vier Jahren reden. Wissenschaftler, Ärzte werden aus dem Land gejagt, juristisch verfolgt, eingesperrt. Dr. Bianca Witschel, seit über einem Jahr hier in Haft. Es ist ein Verbrechen und ich hoffe, dass die Männer und Frauen in dem Pflegeheim uns hören, denn auch sie waren massiv betroffen. Es ist ein Verbrechen gewesen, an den Menschen sie einsam und allein sterben zu lassen, denn niemand von ihnen wollte das. Und auch hier habe ich mich dagegen ausgesprochen. Auch wenn ich nicht lange tätig gewesen bin in dieser Zeit, da wie gesagt mein Ende ja sehr schnell besiegelt war, habe ich zu sterbenden Patienten die Angehörigen reingelassen, gegen jeden Widerstand. Und es hat mir das Herz zerrissen, bei Kollegen zu sehen, die alles brav und gehorsam mitgemacht haben. Denn auch das ist ein Angriff gegen die Bevölkerung und gegen uns Menschen. Das Vertrauen soll unüberbrückbar zerstört werden. Ärzte, die für uns da gewesen sind, sollen nicht mehr in ihrem Beruf tätig sein. Und damit wird automatisch der gehörige Arzt gestärkt. Und das ist, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Sie haben alle die gleiche Ausbildung. Und was ist bei denen anders, als bei uns, die hier stehen. Und ich werde auch nie vergessen, 2020 in Berlin, als wir so viele Menschen auf der Straße waren, war für mich völlig klar, dieser Irrsinn, der dauert nicht lange. Das setzt sich nicht durch. Und dann haben sie mit Zersetzung und massiver und brutaler Gewalt die Menschen auseinandergetrieben, schwer verletzt. Es gab auch Todesfälle nach Polizeigewalt, gerade in Berlin, in Wandlitz. Es war so furchtbar und bis heute ist nichts aufgeklärt. Und ich fordere vehement, stets friedlich, aber unängstlich und uneingeschränkt die Aufarbeitung der Corona-Verbrechen. Und dass die in Haftung genommen werden und zur Verantwortung gezogen werden, die für dieses Unrecht verantwortlich sind und die das überhaupt erst möglich gemacht haben. Leider setzt sich flächendeckend durch unsere Gesellschaft, Corona ist doch längst vorbei. Nein, am 6. Mai beginnt der Prozess gegen Dr. Walter Weber in Hamburg, der Gründer von Ärzte für Aufklärung. Ein Mann der ersten Stunde, völlig unängstlich, bis zum heutigen Tag. Udo Leibmann hat eine Menschenrechtsorganisation gegründet, United for Freedom. Er ist aus Deutschland geflüchtet, lebt jetzt in Polen und ist angeklagt. Planung eines Angriffskrieges. Darauf stehen zwölf Jahre, also mindestens zwölf Jahre bis lebenslänglich. Er hatte letzte Woche seinen ersten Prozesttag. Wir kennen auch die anderen Namen der Ärzte, die auf der Anklagebank sitzen, bis zum heutigen Tag, auch die Soldatenprozesse. Bis heute finden sie statt. Und Kollegen von mir, die sehr kritisch gewesen sind, unter anderem betrifft es mich selbst eben auch, werden weiter verfolgt, juristisch auch, wirtschaftlich und finanziell, Holger List aus Wittenberg. Dem hat man vor wenigen Wochen die Konten gekündigt. Er ist Unternehmer. Und es zieht sich bei jedem Einzelnen durch Hausdurchsuchungen. Bis heute finden sie statt, aus völlig absurden Gründen. Ich selbst hatte auch eine, die Begründung, im Durchsuchungsbeschluss stand, der Grundverdacht einer Beleidigung aus einem privaten und persönlichen WhatsApp-Chat heraus. Ich bin mitgenommen worden, es sind Fingerabdrücke genommen worden, Fotos gemacht worden. Ich habe weitere Anzeigen bekommen nach der Hausdurchsuchung, wegen Widerstand, Beleidigung. Und es läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Betrugs. Also es zieht sich weiter durch. Die, die den Mund aufmachen, die rausgehen mit Namen und Gesicht. Es wird uns das Leben so schwer gemacht. Und aus diesem Grund, ich möchte Brücken bauen. Ich möchte Menschen wieder zusammenbringen. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, gegen die Spaltung zu arbeiten. Wir schaffen es nur, wenn wir zusammenhalten, wenn wir uns nicht spalten lassen, wenn wir uns nicht die Nazikeule überhauen lassen. Und danke, Colette, an deine großartige Rede. Diese Regierung... Diese Regierung ist einfach nicht tragbar und die Auftraggeber unserer Regierung genauso wenig. Wir müssen alle aufpassen, was wir sagen, denn jedes Wort wird uns im Mund umgedreht und ich weiß nicht, was morgen passiert. Aber ich bin glücklich, dass wir heute am Ostermontag hier zusammen sind und ich bitte euch, liebe Freunde, bleibt standhaft, bleibt stark, bleibt mutig und setzt euch für die Menschen ein, die euch am liebsten sind und besonders für unsere Kinder. Denn Kinder brauchen unseren ganzen Mut. Vielen Dank. Alles Liebe. Danke, Sabrina. Das ist eine tolle Rede. Da sieht man, was für tolle Menschen es eigentlich in dieser Zeit gegeben hat und gibt immer noch die Kämpfen für unsere Freiheit und Frieden. Dieses Lied habe ich eigentlich für diese Leute auch geschrieben. Ja, könnt ihr sie drauf auf den Knopf drucken? Vielleicht schaffe ich das. Äh, nix. Von vorne, bitte. There is a merry band, my dears, from lovely Germany Heard of all these people who are brave, active and free They do not grow on trees, they crave an easy company They're the fighters of our freedom and are very close to me So let's all my sing a song, the praises Anthony The holders of our love, our dreams, our peace and destiny The thinkers for a sunny day, the banter of our cause They are all the faithful ones deserving of applause Von vorne is a medical man, he goes into the fray Educates the people of the dangers of today The vaccines make you sick and ill, the cause of great disease He takes on the profiteers and shows his expertise To let's all my sing a song, the princess of our love, our dreams, our peace and destiny The thinkers for a sunny day, the banter of our cause They are all the faithful ones deserving of applause Berrin Denizli is a poet and musician just like me She has many years in helping plants who hold me up a plea The bravest of the brave she faces down the Robo Cups And shows the cowardly coalesce a mirror to the fox So let's all my sing a song, the praises Uncle D The horns of our love, our dreams, our peace and destiny The thinkers for a sunny day, the banter of our cause They are all the faithful ones deserving of applause Berrin Denizli is a beauty and a speaker from the hearts A caring darling angel, and she's pretty smart She travels up and down the land, the banter of our cause For everybody's human rights and all the people of applause So let's all my sing a song, the praises Uncle D The horns of our love, our dreams, our peace and destiny The thinkers for a sunny day, the banter of our cause They are all the faithful ones deserving of applause I go Shirley, Dr. Bordach, St. Patti and Cahill For a shipment, Ralph Woodley, and he melted to Berlin And they are the treasure of the helios I go Goliath down and on For it's right, Chester, and Corolla, the name's son So let's all my sing a song, the praises unto thee The horns of our love, our dreams, our peace and destiny The thinkers for a sunny day, the banter of our cause They are all the faithful ones deserving of applause So let's all my sing a song, the praises unto thee The horns of our love, our dreams, our peace and destiny The thinkers for a sunny day, the banter of our cause We are all the faithful ones who serve us. Oh Gott, ich habe noch ein Song, was dazu passt. Der Westenhagen hat mal ein Lied geschrieben, Freiheit. Und dann haben wir gesehen, wie viel er wirklich für die Freiheit war. Deshalb habe ich dieses Lied geschrieben. Ein bisschen Satir musste sein. Die Farmerverträge sind gemacht. Und Dr. Drosten hat so gelacht. Und was Giftiges zum Dessert. Impfen. Impfen. Der Fernsehkampagne rum, tata. Und die Impfstraße war schon da. Und mein Nachbar vorneweg. Impfen. 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 Ist das einzige, was quält. The mensch is lighter, ser naïm The mensch is lighter, primitim Infant, infant Oder von ferns e serviet Alle, die von impfen träumen Sollen das Booster nicht versäumen Sollen tanzen auch auf Gräbern Impfen, impfen Ist das Einzige, was zählt Impfen Impfen Hat mir niemals gefehlt Amor 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und bitte rede mit mir, mein Englischmann, was bringt es, was bringt es, mich so abzustoßen? Währenddessen Wahnsinniger bringen unsere Söhne um. Hör doch zu, Englischmann. Ich habe dich geehrt, mein Englischmann, jetzt rufe ich dein Herz zu mir. Lass glorreiche Liebe kommen und sei wahrhaftig. Wie kann es sein, dass du mir niemals gesagt hast, dass du mich liebst? Du kennst mich so lange. Wie kann es sein, dass du dich nie entschuldigt hast, wenn ich so etwas tun soll? Und wie gesagt, dieses Lied war mitten in diesem Bürgerkrieg zwischen England und Irland. Und es hat eine ziemliche Wirkung gehabt damals. Ich liebe dich, mein Englischmann. Ich liebe dich, mein Englischmann. Und es hat eine ziemliche Wirkung gehabt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 What if the air was just truth Open skies and the proof What if there could be The gem that all could see To warm us all the night through This holy banner, our clearing Breaking boundaries, we all come near us Leaving our comfort, we take on the beach In the western, it is broken No values or morals, just a token All of the promises, only spoken but not lived Gone with the poison breeze Now we see the precious diamonds Through your eyes like the foam on the waves Our spirits are gentle, strong and boundless like the sea Hold yourself close to me Hold yourself close to me Now we see the precious diamonds Hold yourself close to me 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 Thank you Thank you Thank you Thank you Was jemand ein CD haben möchte, also ich habe Börse hier. So, wie wir ja schon gesagt haben, wir haben jetzt auf jeden Fall noch den Max als Sprecher hier auf dem LKW und wir haben ja vorher schon angekündigt, für den kleinen U-Aus gesorgt. Hier vorne steht dann die Gulaschkonone, könnt ihr euch dann gerne in der Film begeben, eure Nummer bestellen, dafür haben wir die heute mit da und wie gesagt, der Max kommt jetzt als Trainer, da haben wir, denke ich, noch ein bisschen Livemusik nebenbei und gehen schön in Ruhe was essen und genießen einfach noch das schöne Wetter zum Schluss, so dass wir heute einen schönen Tag auf jeden Fall haben. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt so weit gefallen und wir haben jetzt noch den Redner, Max, bitte schön. Ich grüße euch, ich grüße euch recht herzlich, Ostergrüße aus der Oberlausitz. Ich muss erst einmal Danke sagen für die schöne Livemusik, vielen Dank dafür, dass ihr alle hier seid und vor allem muss ich Danke sagen, dass ich überhaupt hier stehen darf. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit, denn letztes Jahr, als ich von der Bühne gegangen bin, ich habe ja letztes Jahr schon mal gesprochen, da wurde ich von Polizisten abgeführt, als sei ich ein Schwerverbrecher und es wurde geprüft, ob ich ein Gedankenverbrechen begangen habe. Ich habe niemanden beleidigt, nur weil ich meine Meinung gesagt habe und jeder Hippie Karnevalswiderstandsverein hätte sich gesagt, dann laden wir nächstes Jahr nie ein, der verschreckt vielleicht Leute. in diesem Sinne ein starkes Zeichen vom Kettel steht auf, dass ich wieder hier sprechen darf, für die Meinungsvielfalt und vor allem für den Zusammenhalt in unserem Land. Und sonst wachen wir eines schönen Morgens auf und der letzte Funken an Zusammenhalt, den es noch gibt, der ist in einer Berliner Kranstruktur zu finden in Deutschland wahrscheinlich. Normalerweise sollten in einer Demokratie die besten Argumente gewinnen in einem fernen Wettstreit. Vergleichbar unsere Situation mit einem Hürdenlauf ist es so, als wenn der Läufer auf der rechten Bahn doppelt so hohe Hürden hat und hinter jeder zweiten Hürde im Wehen gestellt kriegt. Das ist keine Demokratie, Freunde, das ist nur eine Simulation davon. Wenn jetzt einer von der Gegenseite kommt und sagt, ja das stimmt doch gar nicht, euch kann bloß China leiden, alle hassen Nazis, dann soll ich mir doch mal sagen, warum die AfD zu keiner Talkshow eingeladen wird, warum der halbe Staatshaushalt gefühlt in Mittel gegen Rechts fließt, aber nie die Worte von Mittel für Linksextremismus oder gegen Linksextremismus sind. Warum alle Zeitungen, alle Fernsehsender und so weiter und so fort so schreiben, berichten und melden, wie die Mächtigen es wollen. Und ich höre jetzt auf, jetzt kriege ich heute Abend den Zug nimmer, aber ich möchte bei dieser Metapher mit dem Hürdenlauf noch ein wenig bleiben. Und zwar ist es so, dass sich dieser Hürdenlauf verändert über die Zeit, weil wir das Volk, wir haben eine der mächtigsten Verbündeten und diesejenige, das ist die Realität. Alles, wovon wir gewarnt haben, ist eingetreten. Wir haben Messerstechereien und Vergewaltigungen, die in der Tagesordnung sind. Wir haben das erste arabische Straßenschild in Düsseldorf und in Frankfurt, wo uns 25.000 Euro Steuergeld dafür verwendet, um Ramadan-Schmuck anzubringen. Das ist die neue Realität und die Medien fahren natürlich blind links ihren Schuh weiter. Und was macht der Staat? Er agiert mit immer krasserer Repression. Zurück zu unserer Metapher. Auf dem Stadion, jetzt hören sie aus, wir rennen immer noch weiter um die Wette, ist es natürlich jetzt so, dass dieser Widerspruch zwischen dem, was die Medien schreiben, die immer dreister lügen und zwischen den offensichtlichen, immer totalitärer, sich offenbarenden Zügen der staatlichen Repression, ist es so, dass der Läufer auf der rechten Bahn immer mehr Rückhalt bekommt, die Leute fällen an und der fängt langsam an aufzuholen. Und was macht man, wenn er Gegner aufholt? Ganz einfach, man stellt die Stellschrauben an den Hürden noch höher und macht es sozusagen unmöglich. Wer das jetzt sagt, das ist nicht der Fall, dann möchte ich ein Beispiel ans Herz legen, das relativ aktuell ist. Hüt euch jetzt mal kurz in die Situation herein, ihr seid ein 16-jähriges Mädchen, heutzutage geht das ja alles, ne? Wir sind im Klassenzimmer und auf einmal kommen drei Uniformierte rein, die dich aus dem Klassenzimmer zerren, an allen Augen vorbei, an allen anderen Klassenzimmern vorbei und mit der Polizei abführen. Diese, dieses junge Mensch, das heißt Loretta, es ist 16 Jahre alt und es hat der Zeitung gesagt, der Jungen Freiheit, ich habe die stechenden Blicke aller auf mir gespürt. Das muss man sich mal vorstellen, was da in dem Mädel vorgeht und von den nachher Hass-Postings von hier ist kein Platz für Nazis und so weiter, ganz zu schweigen. Denn was hat sie gemacht? Sie hat im Internet öffentlich es gewagt, Botschaften zu verbreiten, wie Deutschland ist kein Ort, Deutschland ist Heimat. So ein furchtbares Gedankenverbrechen, es ist einfach nicht mehr zu fassen, was hier abläuft. Dieser Staat, der solche Polizeieinsätze rechtfertigt, der verliert nur an Glaubwürdigkeit. Sie verlieren ihre Glaubwürdigkeit und wir gewinnen damit immer mehr Rückhalt. Aber zum einen, zum einen möchte ich sagen, dass mein besonderes Entsetzen gegen die Beamten geht, die dort im Einsatz waren und dem Schulleiter Jan-Dirk Zimmermann, der sich da absolut nicht drum bekleckert hat und der sich schämen sollte, so etwas abzuziehen. Das ist für mich kein Schulleiter, das ist für mich einfach nur traurig. Und Loretta, ich möchte dir jetzt gerne noch etwas sagen. Ich glaube, ich weiß vielleicht nicht ganz genau, wie du dich fühlst, aber ich kann es erahnen. Mir ist damals im gleichen Alter ungefähr etwas Ähnliches passiert. Und zwar habe ich auch im Matheunterricht gesetzt und musste dann auch zum Direktor und mich rechtfertigen dafür, dass ich in einem Graffiti-Workshop, in einer Pause, ich habe gefragt, ich durfte das und so weiter, das Wort Identität auf eine Plastikfolie gesprüht habe. Deswegen musste ich mich damals rechtfertigen. Und für mich war das damals so ein ausschlaggebender Aufwachmoment, der mir gezeigt hat, Moment, hier stimmt irgendetwas nicht, hier muss etwas getan werden. Und dieser Schulleiter, der heißt Carsten Vogt und der sitzt heute bei uns in Badzen im Kreistag als Oberbürgermeister. Wir sitzen immer wieder und holen die Wege hin für uns. In diesem Sinne hat das aber nicht geklappt, Herr Carsten Vogt. Sie würden mir jetzt bestimmt abstreiten, dass ich bei Ihnen im Büro gesessen habe mit verschlossener Tür und dass Sie mir so nicht wie ein kleines Kind das Gespräch beendet haben mit den Worten, wenn du das nochmal machst, fliegst du von der Schule. Das hat er wirklich gesagt und er würde es wahrscheinlich abstreiten. Aber das Schöne ist, ich kann hier stehen und das freie Gewissens reden eher nicht. Es gibt nur eine Wahrheit, Leute. Super. So Retta, du hast meine hundertprozentige Solidarität. Die Liebe und den Rückhalt deiner Eltern ja Gott sei Dank auch. Und ich sag dir eins, die Freunde, die wahre Freunde sind, die bleiben. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Dazu kurz erwähnt, haben sich das natürlich unsere identitären Gefährten auch nicht nehmen lassen. einen Schlumpfbanner auf dem Dach des Schulgebäudes noch am gleichen Tag zu errichten. Mit der Aufschrift, Heimatliebe ist kein Verblechen. Wenn ihr euch noch an den Hürdenlauf erinnern, mit den Wettläufern, da bin ich wieder zurück. Es ist so, dass auch die Oma, die ganz oben im Stadion sitzt, mit der dicken Hornbrille, dass die mittlerweile schon den Unterschied von den Hürden erkennen kann, weil der für groß geworden ist. Aber, wie soll ich sagen, sie sieht die Hürden von oben. Der Unterschied ist so krass geworden, dass es mittlerweile nicht mehr zu leugnen ist. Und das spült eigentlich uns Vertrauen in die Hände. Deswegen kommt es dazu, dass CDU-Politiker nun sich mit AfD-Positionen solidarisieren, wie es im Fall Neuretta passiert ist. Deswegen führt es dazu, dass die AfD in Sachsen bei 30 Prozent liegt. Und trotz alledem schweigt die Mehrheit. Die Mehrheit schweigt. Sie kann sich aus tausend verschiedenen Netflix-Serien ihre Ablenkung raussuchen. Sie kann sich sogar ihr Geschlecht raussuchen. Aber sobald ein Thema angesprochen wird, ein Knackpunkt und Tabuthema, ein Geheimnis, das ist wahrscheinlich das bekannteste Geheimnis unserer Zeit, dann werden alle Mittel im Kampf gegen rechts gegendliche Stellung gebracht bis hin zur Kontosperrung und zu Einreiseverboten. Die Rede ist vom Bevölkerungsaustausch. Die Grenzen standen offen für Millionen Illegale, darunter Mörder und Vergewaltiger. In Deutschland dürfen sogar Taliban-Prediger reden. Aber ein Familienvater, unser friedlicher Aktivist, der Martin Sellner, der wurde nicht nur unrechtmäßig aus der Schweiz geschmissen, nein, der darf nun auch nicht mehr in die BRD einreisen. Und das im breitsten Deutschland, das es je gegeben hat. Das ist drei Jahre. Ich kann euch wieder sagen, dass es sich wieder um ein Gedankenverbrechen handelt. Und zwar hat er es gewagt, Bücher zu schreiben. Bücher, die genau das kritisieren. Die von Remigration sprechen, von einer Trennwende. Denn das ist die Lösung des Bevölkerungsaustauschs. Dabei geht es nicht um Ausbürgerung oder aus und heraus und alle abschieben. Nein, es geht um Nicht-Angepasste, es geht um Kriminelle. Es geht um Leute, die wirtschaftlich und kulturell in Parallelgesellschaften unser Land gelasten. Gelast fallen. Und dabei ist es auch kein Prozess, der von heute auf morgen passiert. Das geht über mehrere Jahrzehnte. Es ist ein Bündel an Maßnahmen. Man könnte sagen, der Weg nach Europa soll steinig und schwer gemacht werden. Der Weg aus Europa heraus, gepflastert, geebnet und mit Shisha-Bars gesäumt. Alles human, alles rechtlich umsetzbar, vom Grundgesetz gedeckelt. Doch es passiert nichts, weil der politische Wille dazu nicht da ist. Und dabei hat es schon einmal geklappt. Mehrmals in der Geschichte. Und das markanteste Beispiel, was mich auch davon überzeugt werden lässt, dass Remigration, die Rückführung möglich ist, das sind die Fidschi-Inseln. Dort wurden, ich glaube in den 60er Jahren war das, da waren die Fidschianer schon die Minderheit im eigenen Land. Weil es so viele indische Zuwanderer gab. Heute sind die Fidschianer in ihrer Heimat wieder die bestimmende Mehrheit. Und das ohne großen Krieg, ohne Progrome und Deportation. Nur durch politische Maßnahmen der Remigration. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was hätte es der Welt gebracht, wenn die Fidschianer heute nicht mehr existieren würden? Ich bin sehr froh, dass das passiert ist und wir sollten uns ein Beispiel an diesem kleinen Südsee-Volk nehmen. Aber die Mächtigen, die wollen das nicht. Die wollen weitermachen wie bisher, aber sie sehen ja, dass die Hürden so groß geworden sind im Stadion, dass selbst die langsam unruhig werden, dass doch noch irgendwie der Läufer auf der rechten Bahn aufholen könnte. Und deswegen wollen sie das Rennen beenden. Auf einen Schlag und unwiderruflich. Und genau das ist der Bevölkerungsaustausch. Das ist nicht unser einziges Problem. Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber es ist das dringlichste Problem. Und wir sind heute hier auf einer Friedensdemo. Und es ist auch ein Problem mit unserem Frieden. Es macht nämlich unser Land unsicherer und es schwächt unseren sozialen Zusammenhalt. Kein Mensch auf der Welt, kein Volk auf der Welt hat etwas von dieser Politik, die sie betreiben. Diese Politik ist einfach nur gegen die Völker und gegen den Zusammenhalt gerichtet. Und dazu spielen sie natürlich gerne mit dem Kult der Schuld und unserer Vergangenheit. Und ich sage euch eins. Niemand, niemand will die Geschichte wiederholen. Der Unterschied zwischen Ihnen und uns ist. Sie wollen das Ende der Geschichte und wir, wir wollen eine Zukunft. Sie wollen einen blutleeren, charakterlosen Konsumenten und Produzenten, der in der Massenindustrie der Moderne versklavt wird und in der Einöde verkommt. Wir dagegen, wir wollen eine Welt der wahren Vielfalt, die die Völker in ihren urtümlichen Eigenarten erhält, klingende tausenden Sprachen und Dialekten. Sie wollen Macht, Geld und Kontrolle. Wir wollen Frieden und Zusammenhalt, Freiheit und Selbstbestimmung. Und ja, so geht der Wettstreit, der Hürdenlauf weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht nicht gut aus. Die Zeit läuft gegen uns. In München gab es jetzt wieder 10.000 neue deutsche Pässe und ich glaube nicht, dass das ein Geburtenboom liegt. Ja, das ist laut Scholz Gesetz, einfaches Gesetz, unsere, die ethnische Bombe, die hier hochgeht und gezündet wurde. Aber wir können das verhindern, denn solange wir leben, solange lebt Deutschland. Und wenn jeder das tut, was er kann, wenn jeder die beste Version seiner Selbstmucht, nur dann haben wir eine Chance, auf die höchste und ungerechteste Hürde zu überspringen. Aber unsere Gelegenheit, die haben einen Joker und das ist die Austauschkarte, die alles auf einen Schlag beenden könnte. Und wir, wir haben kein Ass im Ärmel. Aber dafür eine Dame. Und das ist unsere beste Verbindete, die Wahrheit. Ich danke euch. Schönen Ausdruck. Danke. Dankeschön. So, ich sehe noch ein paar ergänzende Worte von dem Mitschneider, der eigentlich jeden Tag mit bei uns unterwegs ist. Nur ein paar Worte an euch. Erstmal vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Und wir müssen noch mehr werden. Zehntausende müssen wie 1989 wieder hier stehen. Aber ich habe das Mikrofon erbeten, weil dieser junge Mann eben was erzählt hat. Er hat erzählt, dass er hier seine Meinung geäußert hat. Wir sind doch angeblich ein Reststaat, in dem Meinungsfreiheit existiert. Das hat mich an meine Jugend erinnert. Ich war, ich werde jetzt, dieses Jahr wäre ich 76 Jahre alt. Und in meiner Jugendzeit, da bin ich tanzen gegangen. Und da gab es mal in einem großen Tanzsaal im Siegburghausen, am 8. Mai, eine Bambule. Die Stasi hat einfach das Konzert beendet, weil die Gruppen, die dort gesungen und gespielt haben, sich nicht an diesen Modus gehalten haben. 40 West- und 60 Ostseuten. Aber den Ost-West wollten wir ja nicht hören. Und da haben die jungen Leute damals zu mir gesagt, Thomas, geh hoch auf die Biene. Sag was. Ich habe mal Sätze gesagt, da sind die Menschen aufgesprungen. Und da gab es keine Gewalt. Aber die Stasi kam, hat Gewalt ausgeübt. Die haben mich auf den Kassberg geschleppt. In die ehemalige Kreisdienststelle. Und wisst ihr, was sie mir dort gesagt haben? Wir können dich verschwinden lassen, haben die gesagt. Nach dir kräht kein Hahn und ich hatte müderische Angst. Ich hatte wirklich Angst. Ich bin kein Feigling. Ich bin immer Sportler gewesen. Aber was der junge Mann hier erlebt hat, erinnert mich zutiefst an die Zeit. Deswegen bin ich 1989 hierher gegangen, von Anfang an. Ich habe den Sputnik gelesen. Herr Kovaciufer, unsere Hoffnung. Mehr Freiheit. Meinung. Und da möchte ich jetzt noch an unsere deutschen Polizisten, ich kenne einige davon, einen erbärischen. Lasst euch nicht zum Werkzeug einer Frau Feser und anderer, die sich als Demokraten verkaufen wollen, aber in Wirklichkeit die größten Undemokraten sind. Es ist eine Schande, was in dem Land geschieht. Und wenn hier sich alte Leute wie ich abends, wenn es dunkel wird, nicht mehr auf die Straßen grauen. Wenn unser Bruttosozialprodukt, was unsere fleißigen Menschen, die jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, aufstehen und zur Arbeit gehen. Das wird in der ganzen Welt verteilt und ungeniert. Geht diese Ampel, ich sage das, ich habe keine Angst, diese Bande, jedes Mal, wenn in unserem Reichsdorf, der Bundestag, da gehen sie durch das Tor und oben drüber ein Stein gemeißelt steht dem deutschen Volk und das machen die überhaupt nicht. Die sind gegen unser Volk. Danke, dass ich was sagen durfte. Das war mir ein Herz. So, danke schön. So, oh Gott. Schön, dass ihr da wart heute. Ich denke, es war ein schöner Tag. Wir sind gemeinsam für eine Sache auf die Straße gegangen, nämlich den Frieden. Wir haben vielen Menschen gezeigt, dass wir hier in Chemnitz in der Lage sind, gewaltfrei, friedlich, ohne Hetze, ohne Gewalt, wie gesagt, ungespalten, ein Zeichen zu setzen. Und wir bleiben natürlich aktiv. Wir sind weiterhin dann auch montags 18 Uhr wieder hier vorne am Rondellparkplatz und hoffen, dass wir noch mehr werden. Ich weiß nicht, worauf manche Menschen hier in diesem Land noch warten. Muss es erst krachen? Ich weiß es nicht. Also, es ist schon ein bisschen korreios. Weil, wenn die Ersten kommen, vor allem, ist es eh zu spät. Dann kannst du auf die Straße gehen, wie du willst, das bringt dann nichts mehr. Ja. Ja. Na gut. Ich mache jetzt mal ein Lieb rein. Kommt dann gut mal. Vergesst euch nicht zu stärken. Er ist extra heute angereist mit der Gulaschgranone. Reif zu. Das muss alle werden. Wir hören uns doch mal ja so schön. Wir machen jetzt noch ein Lied. Und dann beende ich die Veranstaltung für heute. Danke, dass ihr da wart. Und wir sehen uns ja durch. Wir schauen am Montag wieder 18 Uhr vor dem Rundellparkplatz. Um weiterhin montags friedlich und gewaltfrei das Zeichen zu setzen. Und wir wissen, wir sind nicht die Einzigen. Wir sind viele, viele mehr. In ganz Deutschland gehen wir auf die Straße. Und wenn wir die alle ein Mal nach Berlin bekommen würden, dann sind es wieder 35.000. Ja. Wir wissen ja, was sie gar nicht schreiben. Deswegen lasst die Medien aus. Lasst die Fernseher aus. Lasst die Nachrichten aus. Und informiert euch selber. Und denkt selber. Und genau das tun wir. Deswegen sind wir auf der Straße. Danke. Also mit den Bildern möchte ich mich verabschieden. Heute eine Stunde 45 Minuten. Also nächsten Montag wieder. Und haltet zusammen. Man sieht sich auf der Straße. Und ihr seht, der Frühling geht los. Macht's schön gut. Tschüss.